Das ist eine Architekturgeschichte Gothams. Hatte der Rat seine Finger auch beim Bau im Spiel? Es muss etwas mit den Daten an der Wand zu tun haben. Die Zahlen an der Wand sind die Jahre, in denen jedes der Gebäude erbaut und renoviert wurde. Unter Mitwirkung des Rats. Das Rathaus. GCPD Central Station. Das Gerichtsgebäude. Sieh mal an. Gericht, Polizei, Politik und Religion. Ja, das sind sämtliche Machtstrukturen. Natürlich, du musstest den Hinterstein.